Die Bewegungen der Seele sind einfach und ohne Worte empfindbar. Wir alle als Menschen beschäftigen uns tatsächlich immer wieder mit dem Begriff der Seele und des Seelischen. Ich habe hier schon zahllose Audios gemacht, die sich damit beschäftigen, also entweder vom Thema her oder eben innerhalb eines anderen Themas. Also man kommt um den Begriff Seele als Mensch nicht herum. Und da musst du nicht Seelsorger sein oder Seelenheilkundiger sein oder Seelenheilkunde betreiben in der Art von Psychotherapie, sondern es ist unvermeidlich, dass man dem Seelischen im Leben oder dem Phänomen des Seelischen immer wieder begegnet und sich damit auseinandersetzt. Und es ist egal, von welcher Seite man aus das angeht oder wo einem das begegnet. Es ist unvermeidlich geradezu, dass einem der seelische Begriff oder das Seelische begegnet und damit umgeht. Und sei es umgangssprachlich, sei es von einer alten Tante oder einer bedeutsamen Person, die du als Kind geliebt hast und die sagt, mein Gott, ist das Kind eine gute Seele und bist du eine Liebeseele oder Sonstiges. Das ist interessant. Und insofern hat die Menschheit sich immer wieder mit dem Seelischen beschäftigt. Und allein die Tatsache, dass man sich mit etwas beschäftigt oder dass es einen immer wieder berührt oder dass man Zusammenhänge sieht, dass man Verhaltensweisen, Verhaltensmuster sieht, aber immer wieder auch auf das Seelische kommt und eben das Seelische dann auch zelebriert oder es versucht zu formulieren oder darzustellen oder vielleicht sogar zu messen. Es gab durchaus mal Ambitionen, da hat man versucht, die Seele eines Menschen, also die individuelle persönliche Seele eines Menschen zu wiegen, indem man sagte, wenn jetzt jemand gestorben ist, dann gehen, sagen wir mal, 30 Gramm des Körpers plötzlich weg und das sei dann angeblich die Seele gewesen, was aber mehr oder minder Spekulationen sind. Ich will damit nur sagen, dass wir uns als Menschen damit beschäftigen und dass es uns berührt, ist allein schon das Phänomen wert, zu sagen, dann wird es so etwas irgendwie geben können, aber irgendwie nicht vollkommen sichtbar oder überhaupt nicht sichtbar, auch nicht wegbar, nicht messbar, nicht durch Energiepotenziale, also Elektrizitätspotenziale darstellbar und all das, sondern eigentlich etwas, was nicht darstellbar ist, aber anscheinend ein Phänomen des Lebendigen ist und das Lebendige bedingt oder durchdringt oder der Hintergrund des Lebendigen ist, was irgendwo vorhanden ist. Also allein dieses Phänomen, dass wir überall in allen möglichen Kulturen, historischen Epochen, darauf hingewiesen werden oder hinweisen und es geschrieben steht und der und die sich damit auseinandergesetzt haben, alleine schon Genüge ist, um zu sagen, ja, da ist auf jeden Fall etwas vorhanden, das Seelische. Und jetzt sage ich hier in diesem Artikel, die Bewegungen der Seele sind einfach. Sie sind einfach und für uns eben auch phänomenal darstellbar oder eben gewahrwerdend, wenn ich es so sage. Und da sind wir dann wieder mitten in der Psychotherapiemöglichkeit drin, aber eben auch weit über die Psychotherapie hinausgehend. Wenn wir uns mit dem eigentlich essentiell Seelischen beschäftigen wollen als Menschen, dann sind diese Art von, in Anführungszeichen, Bewegungen der Seele, also ihre Äußerungen, ihre Phänomene, vielleicht ist Phänomen der beste Begriff dafür oder ein optimaler Begriff dafür, tatsächlich gut darstellbar und ohne Worte empfindbar. Der Vorteil der Sprache und des Wörtlichen ist ja, dass man etwas deklariert und dass man wiederum eine Referenz, eine Symbolisierungsebene dessen hat, was als Phänomen vormals aufgetreten ist oder als Phänomen immer wieder auftritt. Und wir kennen das sehr gut in der Psychotherapie, wenn ein Mensch sich in einem diffusen emotionalen Zustand befindet und das ist ein seelischer Zustand oder das ist ein Produkt des seelischen Zustandes, die emotionalen Empfindungen, die Affekte, die entstehen, vielleicht sogar die Impulse, die entstehen und da haben wir Angst, Depressivität und sonstige Phänomene, die vorhanden sind emotionalerweise, dann haben wir natürlich den Vorteil, dass diese diffusen Empfindungen, die natürlich etwas auch sehr Negatives oder Positives mit einem Menschen machen können, in Worte fassbar sind und dadurch, dass ich sie in Worte fasse, dass sie ein Mensch in Worte fasst, sie sich bewegen, wiederum verändern. Das heißt also, wenn ich etwas gesagt habe, wenn ich etwas ausgedrückt habe, wenn ich mir dadurch bewusst geworden bin, in einer gewissen geistigen Haltung, also in diesem Wortgeistsinne, also in dem, was man eben dann symbolisiert in Worten und zum Ausdruck bringt, verändert es sich und wandelt es sich. Dann ist der Schrecken des Affektes, das Diffuse, das Unkontrollierbare, das Nicht-Aussprechbare, dann plötzlich ausgesprochen geworden. Aber hier geht es nicht um Worte, sondern ich sage ja als Untertitel, die Bewegungen der Seele sind einfach und ohne Worte empfindbar. Das heißt, diese Art von Darstellung des Seelischen ist etwas in einer total simplen Struktur oder in einer sehr einfachen Formation, in der man zum Beispiel einfach dasteht, nämlich zwei Menschen stehend gegenüber treten. Und in diesem Gegenüber und in diesem Miteinander etwas Seelisches fühlbar ist. Und dadurch, dass die Menschen ohne Worte da sind, sich ein Ausdruckspotenzial der Befindlichkeit darstellt. Das heißt also, du spürst einen Menschen, du bist von ihm angezogen oder du bist von ihm abgestoßen oder es führt zu einer Gestik, es führt natürlich zu körperlichen Phänomenen, zu auch vegetativen Phänomenen, es führt zu etwas wie Hitzeempfindungen, Kälteempfindungen, Aversionen und all den Begriffen, die da entstehen. Durch dieses Gegenüberstehen, durch dieses in einer Formation zusammen zu sein. Und dadurch ergeben sich die Bewegungen. Das heißt also, du bist dann zum Beispiel angezogen von einem Menschen, das führt dann vielleicht zu einer Umarmung, das führt vielleicht zu einer sehr inniglichen Umarmung oder im Gegenteil, es führt eben zu einer Aversion und damit zu einem Abstand von diesem seelischen Zustand, den du da empfindest. Und so bewegen sich die Beteiligten, das können so dann auch mehrere Beteiligte sein, die für etwas repräsentativ stehen oder nur für sich selbst stehen, also auch für das, was sie als Menschen sind, und haben eben Affinitäten zueinander oder eben Nicht-Affinitäten zueinander, miteinander. Das ist das Entscheidende. Und wenn man dann das Ganze ohne Worte gestaltet, weil Worte natürlich auch immer den Nachteil haben, sie treffen es nicht genau, sie symbolisieren eine gewisse Ebene, aber sie stellen die seelische Ebene an sich nicht dar. Also wir dürfen Worte, damit eben Geistiges, diese Art von geistigem Potenzial nicht verwechseln mit seelischen Zuständen. Und wenn man da geduldig genug ist, kontemplativ, geradezu meditativ ist, in dem Sinne eines Nicht-Tuns, sondern nur geschehen lassen der Bewegung, die dann passieren will, dann ist das etwas, was sich dem Seelischen tatsächlich annähert. Ich sage mal, tatsächlich nur annähert. Weil das Seelische an sich ist nicht greifbar, sondern es äußert sich ja nur durch die Phänomene und damit eben auch das Materielle oder das Ausgesprochene und so weiter. Das heißt, die Bewegungen der Seele sind einfach, indem wir als Menschen, als Beteiligte, als Protagonisten, als jemand, der diese Rolle spielt, von mir aus als Rolle auch, das kann ja eine zugedachte Rolle sein und Rollen bedienen wir als Menschen immer wieder, weil wir ein Einfühlungsvermögen haben, also der Begriff Empathie ist ja etwas sehr Seelisches, auch dieses Einfühlungsvermögen, dieses Mitgefühl, dass wir haben anderen Dingen gegenüber, anderen Menschen gegenüber und uns selbst und wie reagieren wir dann darauf oder wie reagieren wir aufeinander. Das ist ja dann der Punkt. Und das entsteht tatsächlich nicht durch die Verwässerung durch Worte oder die Wortbedeutung, an die man sich sehr klammern kann und damit eben an Wertungen, die wir durch Sprache machen, die sehr, sehr stark sind und auch sehr stark sein müssen, sondern hier ist es rudimentärer, im Sinne des Innehaltens, des Geschehenlassens. Im Sinne des Anhaltens. Im Sinne des Mitfühlens. Im Sinne der Empathie. Im Sinne dessen, was jetzt gerade passiert. Wie gesagt, auch stellvertretend, damit sind wir in der Rollenformation drin und als Menschen können wir sehr unterschiedliche Rollenpositionen einnehmen. Wir können uns in Menschen, in Situationen, Bedingungen und in dem Sinne in seelisches Einfühlen daran teilnehmen, weil das Seelische ja auch immer verbunden ist, wie auch immer es verbunden ist. Das können wir, wie gesagt, nicht nachweisen. Das können wir nicht messen. Und wir spüren aber, dass da ein Miteinander stattfindet, also eine Seelenverbundenheit immer wieder vorhanden ist. Insofern könnte man dann sagen, es gibt eine große Seele, es gibt kleinere Seelen, es gibt Grundformationen davon oder eben auch persönliche, individuelle Seelen. Aber alles hat eine Verbindung miteinander. Das ist immer wieder das Entscheidende. Also aus dieser Position des Stehenden und Empfindenden, wir könnten jetzt auch liegen oder wir könnten auch sitzen, das wäre auch eine Möglichkeit, aber das Stehen hat natürlich den Vorteil, dass es ein sehr aufmerksames Potenzial ist und durch das Stehen also auch so eine Art von Geerdetheit entsteht oder ein Zustand zwischen dem, was, wenn wir uns aufrichten, ein aufrichtender Zustand ist, in dem etwas läuft. Denn wir sind ja aufrecht stehende Wesen als Menschen und insofern entfalten wir da auch ein starkes Potenzial und das hat also auch wirklich damit zu tun, also Stehen und Empfinden. Und dann eben das angesprochene Bewegen und Geschehen lassen. Was will jetzt geschehen? Was formiert sich jetzt gerade? Wie laufen diese Bewegungen? In welche Richtung gehen sie? Welche Positionen entstehen? Und welche sogenannten Endzustände sind dann möglich, wenn man das eine Weile geschehen lässt? Also nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang. Wenn ich das natürlich ewig weiter durchziehe in dieser Art von, wenn wir es jetzt mal Technik nennen, und der Begriff Technik gefällt mir nicht so, aber ich nehme es jetzt mal, dann hat es natürlich irgendwann eine Grenze. Aber dann ist eben in dieser Zeiteinheit, in der sich etwas phänomenalerweise seelisch darstellt, eigentlich aussagekräftig genug, um zu sagen, ah, guck mal, hier rum geht es. Diese Empfindungsfähigkeit. Nur das Empfinden. Das heißt also in dem Sinne ein Abwarten und Vollenden. Und insofern können wir sagen, und das ist ja auch eben ein tätiges, bewegendes Feld, in dem Sinne, da kommt etwas in Aktion, der Körper bewegt sich, dass die Seele bewegt. Also eine Art, um es nochmal zu sagen, von Nicht-Tun, bei dem sich tatsächlich das Phänomenale des Seelischen, damit es Hintergründigen für unser aller Leben zeigt. Es geht immer wieder um das Hintergründige. Und das Hintergründige oder Durchdringende und damit eben auch materiell, körperlich durchdringende, vegetativ durchdringende, physiologisch durchdringende, ist eben das seelische Potenzial an sich, wenn wir es so sagen. Also das ist so etwas, da könnte man sagen, es ist wie ein Schatten, der uns begleitet. Oder wir sind der Schatten. Und das, was das Eigentliche ist, ist das Seelische. Das könnte man sicherlich auch sagen. Also ich bin da sehr offen für Möglichkeiten. Aber es ist auf jeden Fall etwas Gemeinsames, das uns bewegt. Wir sind ja nicht in dem Sinne nicht getrennt oder nur alleine oder nur physiologisch funktionierend. in dem Sinne, der Blutkreislauf ist da und die Hormone werden ausgeschüttet und all das, was man heutzutage in der modernen Biologie der Medizin darstellen kann. Sondern das alles wird ja bedingt durch das Seelische oder das Konzept des seelischen Daumen geht es ja. Und das ist immer wieder sehr berührend, so etwas geschehen zu lassen. Also solche Möglichkeiten zu haben und sie haben auch, wirklich, um das nochmal zu formulieren, in dieser Stille gestehen zu lassen. Nur in dieser Kontemplation, in dieser Meditation, in dieser Andacht, in diesem typischen Nicht-Tun. Ich denke, wir tun oft als Menschen sehr viel oder vielleicht zu viel. Insofern deklarieren wir auch sehr viel oder wir reden sehr viel. Versuchen das immer wieder in Worte zu fassen, in der Sprache zu übersetzen. Also geradezu das Seelische oder das Geistige eben zu transformieren. Und das ist ja schon was Wichtiges auch, aber es ist eben auch begrenzt. Und es führt in vielen dialogischen Situationen oder auch monologischen Situationen nur zu einem gewissen Punkt. Und hier jetzt eben dieses stille Gewahrwerden, geschehen lassen und auf sich einwirken lassen und nur einwirken lassen für den Zuschauer genauso wie für die Beteiligten in diesen Positionen, in den stehenden und sich bewegenden Positionen und den daraus ergebenden Aktionen, die dann die Menschen bewegen. Also das kann durchaus sehr dramaturgisch sein, also in dem sich jemand hinlegt, in dem er vielleicht auch sogar schreit oder weint. Das Emotionale ist sehr, sehr stark und das Seelische äußert sich vor allen Dingen auch immer wieder sehr stark emotional und affektiv. Aber es ist nicht unbedingt das Begleiten in Worten und Bewertungsmuster, analytische Muster und all das, sondern es bleibt rudimentär in der Hinsicht. Berührung, Körperberührung, bis hin zu Skulpturen geradezu, die sich daraus zeigen, also sehr inniglich zum Beispiel zusammen zu sein, einander zu berühren, Hand in Hand zu gehen oder wie gesagt im Gegenteil absoluten Abstand zu nehmen und in einer sehr starken Außenposition gegenüber zu stehen, in der, ja das will ich eigentlich nicht oder das ist problematisch, aber das möchte ich gerne im Blick behalten, in meinem Augenblick behalten, damit es eben nicht gefährlich wird zum Beispiel oder solche Dinge. Das ist gemeint mit dem, Bewegungen der Seele sind einfach. Ja, und das hat ja mit den modernen Aufstellungsarbeiten auch zu tun, die wir machen können, wo wir sagen, es gibt doch so ein Thema oder vielleicht weißt du das Thema auch nicht, also in dem Sinn bleibt es blind und vielleicht nur ein Beteiligter, der hat eine gewisse Aufmerksamkeit darauf und sagt, ja, es interessiert nur mich, ich weiß es, ich stelle die Menschen auf, die dazugehören oder die Dinge, die mir wichtig erscheinen. Also die Objekte an Menschen und dann lässt er es auf sich wirken. Das ist ja eine Möglichkeit. Also es hat vielerlei Spielräume und Variationsmöglichkeiten, geradezu in der Kreativität, um das eben darstellen zu können. Also das Seelische an sich, das in dem Sinne berührbar ist, weil es eine Formation ist, die überall eindringt und die mit allem verbunden ist, aber nicht von vornherein in irgendwelche Konzepte geschoben wird oder reine Worte geschoben wird oder Geschichten, Narrationen geschoben wird, sondern an sich so darstellbar ist. Darum geht es. Die Bewegungen der Seele sind einfach und ohne Worte empfindbar. Die Bewegungen der Seele sind einfach und ohne Worte empfindbar. Vielen Dank.